Heute multipliziere ich Sprüche und zwar sind es gemischte Zahlen 2 3 Viertel mal 5 5 Siebtel. Ich verwandle zuerst alles in Viertel, das sind 2 mal 4 plus 3 gibt 11 Viertel, 5 mal 7 gibt 35 plus 5, 40 Siebtel. Jetzt, bevor ich multipliziere, kürze ich. Ich kann durch 4 teilen, ich bekomme 10 und 1. Jetzt multipliziere ich, das gibt 110 Siebtel. Ich verwandle in Ganze und Brüche, ich teile 110 durch 7, das gibt 15, weil 15 mal 7 gibt 105 und 5 Siebtel bleiben übrig.